Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mörder, heute in der Kürbis Tumor Edition, zusammen mit Menil, hallo! Hallo! Du kannst doch nicht direkt am Anfang rülpsen! Das warst du selber! Ey, wie soll ich das? Ich bin nicht Bauchrüpser! Ganz ehrlich, kannst du Bauchrednern? Ja! Vor allem Rednern! Hier, warte! Ja, ja, sag mal was! Ich mach's! Hey, na? Du Arsch! Warte mal, ich probier das mal! Du hast doch keinen Beweis! Oh Gott! Was? Blauer Typ, blauer Typ, schwarze Kleidung! Ich stelle dir im Moment! Blauer Typ, schwarze Kleidung! Hinter mir, hinter mir! Wo bist du? Blauer Typ! Wo bist du? Wo bist du? Sag's mir doch einfach! Kurz vor der Halle! Ja, ja! Okay! Ich hab daneben geschossen! Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter! Oh Gott! Ich hab's gepetzt! Oh Gott! Doch, hab ich! Hab ihn! BATZ! Oh, jawoll! BATZ! 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 Alter! Es ist zu meiner Verteidigung, es ist 22.03 und es ist doch unwahrscheinlich warm! Ja, aber was heißt denn? 22.03 ist nicht unbedingt die normalste Aufnahmezeit für Bitschnitzel! Ja! Da gähnt er! Er gähnt, er röbst! Ganz ehrlich! Hab ich gar nicht! Natürlich hat er's doch gehört! Auch das Gold! Ja! Ich hab drei Gold! Ja! Alter, bist du krass! Ich hab jetzt auch drei! Geil! Boah, bist du krass! Alter, jetzt hab ich... Hä? Jetzt hab ich fünf! Die waren irgendwie ineinander gesteckt! Na klar! Heck noch! Ja! Heckwars, Alter! Mit ne Kraft Heckwurst! 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 Ach so! Oh! Ja! Sechs! Junge, ich bin ne Maschine! Gefangen in dem Körper von Pidesel! Der auch ne Maschine ist? Ja! Ja! Ist er? Ja! Okay! Geil! Ich habe... Sechs Gold! Ich hab auch sechs! Könntest du geben? Ja ne! Oh! Ich hab jetzt glaube ich sogar mehr! Ich hab acht! Hä? Doppelgemobbelt! Ja! Doppeldecker! Doppeldecker! Ich find hier aber gar nichts! Doch! Hier in To The Middle ist ganz viel! Drei noch! Alter! Was stimmt denn nicht mit dir? Was stimmt denn nicht mit dir? Was stimmt denn nicht mit dir? Ich hab die ganze Zeit gewartet! Ich wollte dich schön in Sicherheit wiegen! Um dich dann richtig schön auszuradieren! Hallo! Ja! Hast du aber nicht! Du hast mich jetzt einfach stumpf gekillt! Wie? Stumpf gekillt! Ja natürlich! Weil ich... Meine Zeit ist ja auch abgelaufen! Hä? Umso mehr Dinge du sammelst, umso gefährlicher wirst du mir! Ja! Du musst dich einfach wegrödeln! Ja das hast du mir doch direkt am Anfang töten können! Nee! Ich musste mit dir spielen! Oh! Komm her du Moluch! Komm her! Schieß! Sei cool und schieß! Ja! Sauber! Ey da bin ich eh! Oh hi! Alter! Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Die Diesel kommt euch hoffentlich holen! Oh ich hab 10 Gold! Läuft dann einfach mit dem Bogen rum! Angeht! Oh! Der Bogen wurde aufgehoben! Was machst du jetzt? Was tust du jetzt Palette? Deine Feindern nur noch 2 Minuten Zeit! Hä? Huchst du den hin? Ja! Hä? Wie schnell war der denn? Ja! Ja! Das war der! Hallo! Hallo! Da ist doch bestimmt irgendjemand auf Toilette oder so! Hallo! Kann man so campen! Mit dem Bogen drin! Eben! Das wäre halt mega scheiße wenn das passiert! Ich guck mal noch! Mach ich! Hallo! Ja! Ist doch richtig lame! Das ist keine... Wie denn? Oh Gott! Hallo! Hallo! Oh nein! Geh weg! Hallo! Nein! Lauf! Oh Gott! Verdammt! Lauf doch Willi! Alles gut! Wo ist er? Wo ist er? Oh da ist jemand! Der andere! Ja! Eine Minute noch! Ach! Toll! Der kämpft doch da oben jetzt! Ja! Das könnte sein! Wo bist du denn? Ach! Der ist nach unten! Ah! Ich dachte das geht da nur nach oben! Ah! Der hat sich gedreht der Kompass oder was? Nee! Nee! Oh Gott! Nein! Ach man! Das hat er gut gemacht! Ja! Respekt! Da in der Ecke gewartet und dann... Hey! Was macht der da? Was macht denn da der Flutschfinger? Hört auf! Beschwerst du dich da gerade drüber? Nee! Nur wir dürfen den Flutschfinger machen! Das ist ein... Ich fühl das nicht bei mir! Nein! Hört auf! Von Fremden! Ich will nur von Zombie Maudade oder dir geflutschfingert werden! Oh! Ganz ehrlich! Oh ja! Gib mir den Flutschfinger! Oh! Bin mal wieder Detective! Bist du ehrlich? Ja! Klar! Zeig mir deinen Bogen! Nee! Bist du runtergefallen? Nee! Aber hier wollte jemand auf ganz cool tun! Und hat so ein... Zeig mir deinen Bogen! Hallo! Zeig mir deinen Bogen! Komm doch her! Zeig mir deinen Bogen! Palette! Menjel zeig mir deinen Bogen! Zeig ihn mir doch einfach! Lauf lieber! Zeig mir doch einfach deinen Bogen Menjel! Ja kann ich dir wenn ich 10 Gold hab bitte! Hör auf! Hab ich dich! Hab ich dich! Hä? Soll ich dir? Oh! Ich war es nicht! Okay! Ja ich auch nicht! Ach da! Ah! Nein Menjel! Ich rette dich! Ich sehe deinen Kopf! Deinen wunderschönen Kopf! Ich lebe wieder! Oh! Ich auch! Wir waren kurzzeitig! Das denn? Oh! Ja! Oh Gott! Oh Gott! So! Jetzt müssen wir mal schauen! Alter! Elf Prozent habe ich jetzt! Das finde ich klasse! Elf Prozent! Pedizzle! On the fly! Ich hab 45! Dein Ernst? Nee! Gibt es das überhaupt? Ich glaube nicht! Ich denke nicht! Hi! Nee nee! Du warst schon lange kein Mörder mehr! Ich töte dich! Ich töte dich! Haben wir jetzt das Spiel umgedreht? Ich töte dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Ich habe schon 3 Gold! Ja! Ich werde mich gleich einfach umdrehen dich mit dem Bogen töten! Mach doch! Wie wäre das denn? Guck mal wie er mit seiner Beute spielt! Mit seiner Beute spielt! Mit seiner Beute, 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 Beute spielt! Ausgetrickst! Tja Menil! Einfach ausgetrickst! Und dann wenn du 9 Gold hast, dann kommt der Schlag! Dann kommt einfach der Schlag für Pedizzle! Hör auf! Was denn? Ich mag das nicht! Hast du schon Gold? Nö! Warum sammelst du kein Gold? Hat das einen Grund? Nö! Bist du Detective? Ich will einfach nur mit dir ein bisschen chillen, Alter! Ich will nur ein bisschen Zeit mit dir verbringen! Darf ich das nicht? Ja doch! Das ist die schönste Zeit des Jahres! Ganz ehrlich! Sieben! Sieben! Oh! Acht! Acht! Au! 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 Okay! Noch zwei Gold und ich bin in Los! Tja! Hey! Du darfst mich nicht da nicht töten! Warum nicht awhile! Nein! Jetzt hat er das! Secret Passage? Was ist denn eine Secret Passage? Ja, hier kannst du doch durch. Hier ist so ein Secret Gold-Dingens. Hä? Achso. Da packst du zwei Gold rein und kannst nach oben. Ah. Aber noch ein Gold. Ne, du bist gar nicht mehr hinter mir, oder? Doch, hier. Direkt. Doch, ich bin direkt, ja! Ein Gold, Leute! Es ist so, als hätte ich so einen Slashstick kommen. Ah, jetzt. Oh. Hey, hey, hey. Komm her. Bist du Detective? Ich bin Detective, ja. Hey! Wollt gar nicht treffen. Puh, ha, 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 ha. Das gibt es nicht, du Arsch. Oh, Mann, ey. Ja, das ist doch gemein. Das ist unglaublich. Wie hoch, ey, die Chance, dass du dann ausgerechnet Mörder bist, wenn ich wie sein Mulder die ganze Zeit hinter dir herlaufe. Ja, aber so richtig penetrant. Und ich hab wirklich, also jetzt ohne Scheiß, ich hab überlegt, okay, ich töte ihn einfach, wenn er sagt, er hat 9 Gold. Ich schieß einfach. Aber dann dachte ich mir, ey, das kannst du auch nicht machen, weil du damit die Runde für ihn versauen würdest. Ach genau. Doch, wirklich! It's Deutschland, steht da. Schreibt er. It's Twitch-Land. Es ist Deutschland. Tigger, du bist Deutschland, Alter. Ach so, in German, let's play? So. Es murrt. Ey, das gibt es nicht, Menge. Du machst mich fertig. Ich mach dich richtig fertig. Du machst mich richtig fertig. Das kann nicht wahr sein. Oh. Oh, da könnte läuft er. Oh. Wow. Pff. He's on fire. Ja, Alter. Immerhin so getroffen. Oho. Alter, da kommt grad eine riesige Bande. Oh nein. Oh nein, ich sehe es, ach du Scheiße. Ich pack mich! Nein! Hört auf, hört auf. Ich pack mich! Hallo! Ach, hast du es gerade gesehen? Die haben sich gerade gegenseitig getötet, aber der Bug! Oh man, ja das war wirklich lame. Easy. Ist nicht meine Schuld, dass ich gestorben bin. Ja, ist es ja auch nicht! Ja, das stimmt! Es tut mir leid. Ich muss nur 10 Runden zurück, ey. Alles wegen dir, deine Manipulation. Ich hab nix manipulated, Alter. Nee, gar nicht. Manipuliert. Ist auch guter, oder? Das kann sein, ja. Komm mal, ja, ja. So, komm, jetzt Mörder und dann kill ich auch. Scheiße. Ach genau. Was denn? Vertraust du mir nicht? Ich sollte dir eher nicht vertrauen nach der letzten Runde. Ich seh dich. Ich seh dich. Gerade beobachtet. Ich weiß ganz genau, wo du bist. Okay. Das find ich klasse. Geh ich auf die Zombie-Position? Nee, ich bleib hier oben. Beziehungsweise ich brauch Gold. Okay. Okay. Ich sammel natürlich auch ganz viel Gold. Ja, natürlich. Alter, da... Man bestimmt nicht zweimal... Oh. Du hast einen Stromtupper. Ja. Den siehst du? Hier draußen, ja. Ah, den hab ich gesehen. Ich hab jetzt mein erstes Gold gesammelt. Während ich souverän durch die Gänge... Tratze. Hi. Tratze. Doch. Und es ist... What denn? Mystery Potion. Oh! Twenty Seconds of Speed! Speedy Gonzales. Sie ist der schnellste Mensch der Welt. Speedy... Mensch! Oh! Ja? Was? Palette? Palette? Oh nein. Was? Warte mal. Bin ich grad in den Mörder reingelaufen? Bist du? Ich bin runtergefallen. Mit dem Speed-Bone. Du bist runtergefallen? Was? Pst, 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 pst. Das hat niemand gesehen. Alles gut mir, Neil. Ich bin nicht runtergefallen. Das haben sich alle nur eingebildet. Ah, ja. Okay. Ja, ja. Ist alles gut. Alles sehr gut. Ich bin so schnell. Ja, Speedy! Geh weg, geh weg. Hi! Ja, ich bin einfach nur ein bisschen rumgehasselt. Ich war grad Detective, ne? Oh, cool. GZ, Alter. Ich war gar nichts. Ich war ein Müllhaufen. Matsch. Auf dem Boden. Stimmt. Im End. Palette? Wenje? Ja. Liebst du noch? Ja. Okay. Aber warum warst du still? Einfach nur so. So. Einfach so. Darf ich hier nicht mal ein bisschen still sein? Nein! Da ist er! Wer, wer, wer ist es? Im, im, im großen Raum. Ich weiß grad nicht, wer da hinten Steve, äh, Alex. Alex wieder. Alex. Alex. Ja, wollte ich grad schreiben. Okay, okay, okay. Ich bin in sie reingelaufen. Ach, du bist tot! Nein, 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 nein. Ich lebe noch. Okay, ist da irgendwo der Detective? Warte mal, ist sie da? Doch, doch, das ist sie. Aber wo ist der Detective? Da, oh Gott. Keine Ahnung. Noch vier Gold. Vier Gold. Och nein. Ich sehe sie morden. Ja. Oh Gott, sie, sie läuft jetzt nach da hinten. Wir ziehen und tun mit Gold. Ich sehe sie. Okay. Oh, hier sind überall Leichen. Noch drei Gold. Ich sehe sie leider nicht. Ich hab Angst, jetzt volle Kanne in sie reinzulaufen. Ja, noch, noch ein Gold danach. Oh, ich sehe sie. Wo ist sie? Ich guck mal, ob ich sie irgendwie locken kann. Oh, oh. Wo ist das denn? Oh nein, es gibt zwei! Es gibt zwei! Was? Ja. Nein. Keine Sackgasse. Ich lock sie in den großen Raum. Großer Raum. Ich hab noch keinen. Mir fehlt ein Gold. Großer Raum. Ja, ja, ja. Ein Gold. Ich sehe, ich sehe. Da, da ist Gold getroppt. Wo, wo? Gold ist da getroppt. Wo? Ja, in der Mitte. In der Mitte? Echt jetzt? Ja. Ich bin tot, wenn sie mich jetzt sieht. Oh nein. Oh Gott. Kommt, wo bist du? Ja, ich, ich wollte mir noch einen Gold. Alter, da bist du. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Nein! Ich hab's. Ich rette dich. Rette dich. Palette. Was? Ja! Easy win! Ah. Zu spät. Du lachst einfach. Nein! Ja! Boah, das ist da weh, ey. Alter, das war ein ordentlicher Flutschfinger. Der hat wirklich reingehauen. Der hat mich auch ein bisschen innerlich zum Weinen gebracht, der Flutschfinger. Okay. Gab's Explosion? Gab's ne Flutschfinger Explosion, Alter. Oh! Oh, 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 oh. Ah, du auch. Ah, ja. Okay. Beide, natürlich. Ja, ja. Wenn du jetzt insta zu mir kommst, ich töte dich. Okay. Hallo. Hä? Komm her, einen Schritt noch und ich... Ich bin freundlich, Menjil. Ich bin freundlich, Menjil. Ich bin wirklich... Ich schwöre dir. Okay, dann töte mich. Nein, ich töte dich. Ich kann dich nicht töten. Oh, du bist es nicht. Du bist es nicht. Nein, ich bin's nicht, Menjil. Das heißt, wir können sie einfach... Alter, ermorden. Okay, warte. Ich bin praktisch das Lockmittel. Ich bin das Lockmittel. Da, der, der da. Ja, ich bin Lockmittel. Hä? Ich lock die. Ja. Und ich lauf vor. Hinter dir, hinter dir. Ja, ja. Der ist es nicht. Der Typ, der Typ, der Typ. Ja. Okay. Leute, wir sind Maschinen. Wir sind Maschinen. Wir sind Maschinen. Ja, du umfasst dich immer und ich kill. Ja, perfekt. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Er ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Abend. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.